Hallo und recht herzlich willkommen zur fünften Folge Torchlight 2. Mittags weiter. Lauf nicht zurück. Ja, hallo. Grüßt euch. Wieso soll ich nicht zurückkommen? Wir brauchen noch einen Edelstein, oder? Ja, weißt du. Also in der letzten Folge ging es ja direkt jetzt im Anschluss weiter. Weiß noch nicht, wo ich den finden kann. Weiter oben würde ich überhaupt gucken. Ja, kann nur sein, ne? Das war so klar, als wäre es. Aber klar, dass wir da schon dreimal gestrübt waren, oder so? War klar, dass du jetzt wahrscheinlich den richtigen Weg hast, aber ich nicht. Keine Ahnung hier. Ist nicht so ersichtlich, was richtig und was falsch ist. Da hast du auch recht. Na, das war's wohl. Hier ist schon mal verkehrt. Oh, ich komm nicht mehr weg. Ich hab mir selbst gesagt, dass ich zugebracht habe. Okay. Ah, hier geht's lang. Hier oben geht's irgendwie noch lang, aber... Nee, warte, hier war's schon... Komm in die Gefilde, wo ich vielleicht falsch bin? Nein, da bin ich schon richtig. Ist das der Weg zurück gewesen? Ja, es war der Weg zurück. Super. Aber hier ist nichts mehr, ne? Doch, da geht's dann, glaub ich, ganz zurück. Schön. Hast du noch irgendwo einen Stein gesehen? Nö. Ist auch nicht. Da ist er. Da wollen wir nicht weiter lang gehen. Da war ich schon. Da geht's auch nirgends so lang. Auch nicht auf der Insel? Auf der Insel geht's auch zurück. Ja, von der Insel vielleicht. Da ging's nur zurück, glaube ich. Also ich hab jetzt nicht so gerade die Vorstellung, wo ich noch lang kann und laufen könnte, dass ich das noch finde. Ist ein bisschen... doof, oder? Ja. Aber es kann ja rein theoretisch nicht allzu schwer sein. Tja, ja, aber müssen wir dann auch das gefunden haben, ne? Ja. Und mein Begleiter läuft immer noch falsch. Und hier ist schon wieder Saabgasse, auch schon. Ja, da ist Saabgasse überall. Ich verstehe nicht, wo wir den dritten Stein herkriegen sollen. Genau so ist es. Hier oben war die Insel, da brauchen wir auch nicht hingehen. Haben wir irgendwo anders ne Abzweigung verpennt oder so? War wie etwas gerade. Ich weiß wahrscheinlich, wo. Vom ersten zur zweiten Insel. Ne, Sackgasse. Noch eine weiter. Das heißt, wir müssen wieder zurück, oder? Bleib du hier. Ich lege mit. Was soll's? Soll ich hier rumstehen? Oder so. Na, auf, wenn wir beide nicht mehr sind. Ganz zurück. So. Also hier links war nichts. Nein, hier geht's ja weiter. Das ist hier irgendwo ne Insel. Da ist eine Insel, aber da ist Saabgasse gerade. Ja. Hier geht's auch nicht weiter rüber. Okay, das ist der Weg. Geh mal hier weiter. Okay. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Das ist alles Sackgasse. Geh nochmal einen hier zurück. Oder sind wir von hier hergekommen? Ich weiß es nicht. Hier ist die Sackgasse. Na, hier bin ich schon hergekommen, alles klar. Ja, ich find nix. Hier ist Saabgasse. Ja, weiß ich nicht. Was, würde ich noch? Ne, weiß ich jetzt nicht. Ne, ich glaub nicht. Hier müsste es irgendwie weitergehen, ja. Haben wir hier schon? Ich weiß es nicht, wo du da bist. Auf einer Insel, aber ich glaube, hier hab ich schon den Stein geholt. Gibt's hier noch was, wo es weitergeht? Nein. Da oben war, wo du jetzt bist, war da was. Tja, hier geht's nicht runter, oder? Nö, nö. Aber hier nach unten, ich glaube, das ist neu, oder? Nein, ich glaub nicht. Glaub's nicht? Wenn das das war, dann glaub ich, hab ich jetzt den Insel gefunden, wo der Stein liegt. Also hier ist nur nix. Oh, da bin ich schon hergekommen. Und hier lag, glaub ich, der andere Stein. Hast du mit dem Kumpel, oder? Nö, nö, nö. Das war der letzte, den ich hatte. Also hier unten ist überall Saabgasse. Und hier sind wir auch hergekommen. Ich bin ganz am Anfang. Tja. Etwas doof, ne? Ja. Also wer die Idee hatte, sowas so zu machen, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so lustig. Sagen wir mal so, es gibt bessere Spielchen. Ja. Weißt du, wenn das jetzt so eine Phase wäre, wo du ganz viele töten musst, ja, da kann ich das ja verstehen. So eine hatte ich auch mal. Ich hab was. Hast du was? Ja. Oh, jetzt alles nochmal zurück. Falscher Weg, oder was? Nee, nee, ich hab schon den Stein gefunden. Ich muss es nur noch zurück. Das heißt, ich kann auch zurückkommen, wäre auch nett, wenn du mir das sagen würdest. Naja, hab ich doch gesagt, dass ich alles hab. Ich glaub, hier musste ich lang. So einen großen Bogen rum. Nee, da lang, da lang, da lang, da lang. Das ist die andere Insel, nee, da muss ich nicht lang. Das ist hier lang, glaube ich. Da oben geht's weiter, genau. Ähm, da ist das Portal, dann ist dieser Weg fast richtig, aber noch mal fast. Hm, stopp, abbiegen. Okay, einmal da rum. Warum? Warum da? Mhm, vielleicht find ich da ja noch hin, aber ich glaub's nicht so wirklich. Ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Na, aber nicht. Du bist auf jeden Fall schon weiter vorne als ich. Okay, ich hab's geschafft. Ich glaub, ich bin da. Ja. Hm, jetzt muss ich nur noch einkommen. Hm, wo bist du denn? Ganz weit weg. Hier warst du schon. Hm. Kann man ja nochmal da rüber. Also hier sagt das ja, das weiß ich. Hier rum? Hier unten rum bestimmt. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist. Ich auch nicht. Ich glaube, aber ich hab's. Ich gleich. Okay. Ja, das sieht vielversprechender aus. So ein ewig langer Weg übers Wasser. Wo ist er? Hier, dank. Hallo. Hier, danke. Oh. Hat ja gar nicht lange gedauert, das Ding. Ja, genau. Nur diesen schicken... Warte mal, war es hier lang und dann da... Nee, der Sackgasse. Oder? Nee, doch könnte es sein... Warte mal, da ist schon... Nee, passt noch. Hier lang. Das ist in der Mitte, der oder runter. Der Bar. Hm. Sie sind ausnahm. Du bist auch das geschafft. Europas und sogar vor dir da. Dann legen rein. Gold, 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 super. Und wo ist der Gegner? Ja, wie gesagt, ich hätte so ne Dings noch nie. Also haben wir jetzt gerade... ...ne Kiste Gold aufgemacht mit drei Edelsteinen. Respekt. Das war's. Steht ja auch, die Quest ist erledigt. Das war ja nicht mal ne Quest. Das war doch nicht mal ne Quest. Das ist das, was mir gerade irgendwie so ein bisschen... Ich hab so gedacht, so drei Edelsteine. Da muss gleich der Gegner kommen, der dich umhaut. Ja, ich dachte, da müsste jetzt irgendwie so ein Gegner kommen, der so richtig krasse Belohnungen gibt. Jetzt will ich hier ne Tempelsteppe. Toll. Wo bist du? Tempelsteppe. Ah, da kommst du auch. So, jetzt suche ich mal gerade das Portal, weil mir kommt's vor, als ob wir da jetzt besser dann gucken, dass wir da weiterkommen, oder? Ja, das müsste doch hier irgendwo sein, oder? Was für ein Portal? Wir hatten nur irgendwo ein Portal aktiviert. Wir müssen hier links nach unten, zum Friedhof, oder? War hier nicht irgendwo ein Portal? Ja, ja. Lass uns da doch erstmal hingehen, oder? Warum? Ja, weil ich glaube, dass wir dann lang genug sind erstmal, oder? Ah ja, letzte Folge war ja überlänger. Genau. Dann mal zurück, oder? Enklave war das, ne? Genau. Und dann können wir nächstes Mal zur Tempelsteppe wieder zurückgehen. Genau. Ach, mitten drin, ja, guck mal. Super, jetzt können wir dann auch was verkaufen und so. Wo ist das denn hier? Wo ist das denn hier? Kevin. Wir haben's geschafft. Er gibt uns was, oder was? Aber das kann ich gedrückt halten, das muss ich ja vielleicht auf meine Taste legen. Was ist das denn? Spaltruf, beste Set, Spaltruf. Ich glaube, das brauche ich, ne? Oder das kann ich nie nehmen, oder was? Oder kriege ich das automatisch alles? Das kriegst du, wenn du die Quest beendet hast. Achso, die müssen wir erst noch machen, alles klar. Ich dachte, das wäre unser Questgeber gewesen, aber dafür tue ich mich wohl, ne? Hm. Ich bin ja wirklich stark. Neuverteilen brauchen wir nicht. Wo ist denn hier noch was zu kaufen und verkaufen? Hier oben rechts. Darf ich helfen? Ja, gut, okay, aber ich würde jetzt trotz alledem sagen, ne? Dass es mit dieser Folge jetzt auch reicht. Ja, genau. Die letzte Folge hatte Überlänge. Diese ist im Rahmen. Zu, dass wir das Inventar leer kriegen und dann vielleicht mal leveln. Und dann, ne? Ja, ich hab schon nicht mehr levelt. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen. Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.